Was du hier siehst, ist ein Glyph, also quasi ein iPhone-Adapter, den ich auf meinen Stativschuh geschraubt habe. Ich habe hier sehr ein einfaches Stativ, das sich sehr gut im Klassenzimmer verwenden lässt. Du steckst dein iPhone ohne Hülle in dieses iGrip, stellst die Kamera an und es kann losgehen. Hier zeige ich, wie man ganz einfach eine Comic-Figur zeichnen kann. Zwei Augen, fertig. So, so einfach ist das. Dieser Film kann nun natürlich auf den Computer geladen und weiter bearbeitet werden. Aber einfacher ist es eigentlich, wenn man es direkt hochlädt. Du wählst den Film aus. Hier könntest du ihn noch rudimentär bearbeiten, trimmen und so weiter. Oder eben mit, wenn er schon in Ordnung ist, an YouTube senden. Natürlich brauchst du dazu deinen Benutzernamen und dein Passwort.